Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir haben jetzt einiges herausgefunden. Entschuldigt, ich bin gerade voll aus der Puste. Ich muss gerade bei ihm kurz weg werden. Wir haben nicht gedacht, dass du nichts gesagt hast, so lange sie hier war. Wenn du dich bemerkst, andere werden auch. Sie werden mir bezahlen. Noch mehr Zeit zu sprechen. Wenn wir die Beweise haben, können wir uns mitzunehmen und verbrechen dieses Campen. Sehr gut. Was würdest du wissen? Was ist wirklich passiert hier? Wir wissen, dass Reina nicht in einem Verlust. Das ist ein Training für die Garten Elite. Nur die größten Rekruten sind nur die größten Rekruten. Das ist eine große Höhne, eine große Chance. Das ist das, was wir sagen jeden Tag. Aber in der Realität, es ist einfach hell. Tell me über die Training, die du hier unterstiegst. Es ist mehr Torture, als sonst etwas. Wir sind immer beobachten und verletzten, und die Sleitestes Kompläne nur mehr Blöden. Sie schlagen uns zu einem anderen, so wir nicht darüber sprechen. Whatever die Orden, wir drücken unsere Hände, wir drücken unsere Hände, und übernehmen. Und sie nennen uns Barbarians. Wir können nicht unsere eigenen Kinder durch das. Ich habe sie gesagt, über die Specialist Training gegen die Natives in hostile environments. Aber was sie uns ist besser für Assassins. Mhm. As für Rainer, wissen Sie, was zu ihm passiert? Ja. Ich habe sie zu einem Tag wiederzulegen. Ich schluchte die Orden, er wurde zurückgebracht, er wurde zurückgefallen, und die Leute verletzten. Das ist, wenn Dinge verschwinden. Sie erzeugen ihn für Nacht Training. Was das enttäil? Es hat nichts zu tun mit der Real Training. Sie rufen uns auf zu den ersten Moment. Die Schwachst, den Schmerzen, für die anderen, die sie beobachten, wenn sie zu uns schützen. Wir sind auch die Begründung. Wir sind auch die Begründung. Wir gehen in. Und streiten. Wenn du willst, um Rainer zu retten, kannst du mit mir anfangen. Wir haben alle das Blut in unsere Hand. Danke, dass du uns alles erzählst. Du solltest zurückkommen. Ich hoffe, dass du etwas tun kannst. Ich habe diese Kampen geöffnet. Otherwise, ich werde bald so dead wie Rainer. Wir verstehen die Risiken, die du hast. Wir werden dich nicht verletzt. Ich täusche vor, das Lager zu verlassen. Wir gehen dann mal. Alles war schön. Tschüssi, Leutchen. Kurt, Wilhelm hat gesprochen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, die Recruiten gehen durch die Hölle. Sie sind verletzt, verletzt auf sich, verletzt werden. Es ist eigentlich torture. Rainer würde nicht für diese Methoden. Er rebelle und wurde für night-training. Er ist sicher, er hat das Wort benutzt? Ja. Aber er hat mir gesagt, es ist nicht wirklich Training. Das die Recruiten sind. Und die anderen sie verletzten. Und manchmal zu sterben. Ich weiß. Sie wissen, wie dieses Training? Ja. Ich dachte, es war ein Ding von der Vergangenheit. Was ein Monster. Wie dare ich? Ich bin so sorry. Ich bin... ...lost für Worte. Als ich sage, ...dann ich mich, ...lose es zu lernen? Ich habe es in der Zeit. Es sind zwei Parten der Barraks wir sollten sich mehr anschauen. Rolfs' Quarters ... und den Basement, ... das sie in der Verkauf zu beöffnen. Sie sind voll in Angst, Sengots. Es geht ein tiefes Geist? Und dinge. Dann, sag uns Ihre Plan. Wir warten für die Zeit. Wir gehen in den Campen, ... und sehen, ... und dann in den Basement. Muss ich mich jetzt entscheiden? Achso, es ist schon dunkel. Ich finde ja heraus, wie... Muss ich überhaupt schleichen jetzt? Hier ist ja niemand. Wir müssen nach oben. Hier ist niemand. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich schleichen soll oder nicht. Aha. Hier finden wir einiges. Folterkammer-Schlüssel. Brief vom Kommandanten Hauptmann Rolf. Mein Glückwunsch für die bisher geleistete Arbeit. Du hast deine Mission bisher perfekt erfüllt und mehrere deine Phantom-Rekruten haben wie geplant bereits Positionen im Umfeld der Gouverneure besetzt. Major Herrmann hat mir mitgeteilt, dass du einige Verluste erlitten hast, die aber nicht zu unseren Plänen ändern. Achso, die aber nicht zu unseren Plänen ändern. Fahre fort mit deinen Bestrebungen, dann sollten wir bald bereit sein zu handeln. So Torsten knew. Ja, wir haben hier noch mehr. Brief vom Major Herrmann. Hauptmann Rolf. Deine Rekruten sind in San Mateus eingetroffen und erfüllen unsere Erwartungen perfekt. Ich hätte nichts Geringeres von einem meiner besten Schüler erwartet. Ich habe dafür gesorgt, dass der Kommandant erfährt, welche gute Arbeit du in deinem Phantom-Lager geleistet hast. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er dich belohnen wird. Wenn die Rekruten, die wir in den anderen Städten geschickt haben, genauso effizient sind, wirst du bald Major sein. Wirst auch du bald Major sein. Ew, Konstantin wusste davon. Dann... Puh. War das vielleicht der Grund, warum Kurt uns angegriffen hat? Hier ist gar keiner. So eigenartig. Ich muss nach unten. Da ist nichts. Krass, ey. Verbandsbericht. Ach, doch, Verbandsbericht. Hauptmann, wir haben die neuen Rekruten wie befohlen ausgebildet. Einige von ihnen schienen jedoch mit dem Schlafmangel Schwierigkeiten zu haben. Deshalb wurden sie zur Abhärtung in die Schwarze Kammer geschickt. Wir haben einen Verlust erlitten. Aber die Erfahrung war sehr lehrreich. Und obwohl die Rekruten etwas geschwächt waren, waren sie danach viel kooperativer. Wow. Gut, wir müssen jetzt aber erst hier... Da müssen wir ran. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh. Tut mir leid, aber ihr seid auf der falschen Seite, Leute. Ich muss hier mal kurz gucken hier. Wie komme ich denn da hin? Hä? Moment. Muss ich überlegen. Muss ich vielleicht hier durch? Muss ich vielleicht hier hoch? Ich verstehe nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich kann jetzt einfach mal hier lang gehen. Mit der Hoffnung, dass wir hier richtig sind. Ja, wie komme ich den da runter? Angreifen, Intuition, über den Brief reden, Charisma, an ihre Vernunft appellieren. Wenn mein Master of Arms was in the Guard, he always repeated, fight with honor. Was honor is there in lynching one of your own when he's defenseless? Was honor is there in being forced to kill one another the moment one of you refuses to toe the line? None. We followed orders. Nothing more. You've been manipulated. But it's not too late to refuse all of this, to act with honor. You're right, Captain. It's over, Lieutenant. We will no longer beat our own. Imbeciles! Traitors! To my health and death to the others! Ah, das ist weg. Äh, nimm Hauptmann Rolfe fest. Warte mal, hat die hier noch irgendwie was? Können wir die nochmal schön einsammeln. So, hier wieder durch. Da ist er doch. Komme ich da natürlich jetzt eigentlich nicht so einfach hin. Muss ich hier durch? Okay. Wie soll ich denn? Ach, da drüben. Gucke mal eine an. Das sieht nicht gut aus. Ich wusste, dass du ein Bastard bist, aber ich wusste nicht, dass du ein Teil dieser Gräse bist. Hab Spaß, Soldaten. Die Traiters müssen sterben. Stop! Soldaten, sind Sie wirklich zu retten, diese Scoundrels? Ich muss Ihnen sagen, ob die Guards' Motto. Wo ist Ihre Honne? Ich werde nicht sagen, Recruiter. Exegue diese Traiters. Soldaten, listen to your Captain. You are the victims of these monsters. And we are here to save you. We surrendered without resistance. To avoid a fight and to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders. And we know what will happen to us, if we don't obey you. Enough! Two arms! Attack! Ihnen eine Begnadigung versprechen, wenn sie sich ergeben. Angreifen, Wilhelms Rettung erwähnen. Charisma überzeugen, indem du Rainer erwähnst. Dafür sorgen, dass sie die Lage verstehen. Ich mach mal hier 65% Charisma. Must I remind you what happened to Rainer? And however many others perished to fuel the ambitions of this camp's leader. Is this what you were promised when you were recruited? No. No. Honor and glory. We strayed far from all that. Let's surrender. Anything is better than dying here like dogs. How dare you? You know what awaits you. Shut up, you idiot. You're no longer in a position to threaten anyone. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain. And the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, You'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. Oh! Fandedara, Krimateremdam! Move away! These are about to get Dicey! Das hat wohl nicht viel gebracht, wa? Keller-Schlüssel. Okay, aber wir waren doch in dem Keller, oder nicht? Falls wir da nicht waren, oder was? Ich hoffe, dass du das alles verletzt hast. Das ist nicht was die Garde ist. Ich weiß nicht, ob du uns verletzt kannst, Wilhelm. Ich habe in deinen Schoen auf andere Nights. Du hast nicht die Wahl. Während wir das Camp zu Ende, du bist unter Wilhelm's command. Du hast bald bekommen, deine Transfer Orders. At your orders, Captain. Glad es ist du, Wilhelm. Du bleibst hier für heute. Ich werde die Leute, ich glaube, kommen Sie bald zu kommen. Was wollen wir uns zu tun? Ich brauche, wenn ich wirklich ein Ende will. Wir müssen nachher sehen, Major Sieglinder in Nusereen. Ich muss sie sagen, was hier passiert. Du bist sicher, dass sie nicht involviert hat? Sie? Nein, sie ist altkoll. Sie hat bereits den Kommandern an, weil sie nicht die Richtung die Garde hat. Er würde sie, oder besser, wenn sie nicht so viel Unterstützung in der Garde hat. Ich sollte sie hören. Es ist kein Problem, über die Vergangenheit zu verletzten. Wir gehen. Wir gehen und sehen sie sofort. Oh, praktisch. Dankeschön. Warum sagt mir aber irgendetwas, dass sie doch was damit zu tun hat? Sieglinder, ich muss mit Ihnen sprechen. Was ist das, Kurt? Wir haben gerade aus einem Training-Kamp, ein secret-Kamp, wo wir Elite Soldaten trainieren, durch Terror, Humiliation und Torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it. Even encouraged it. I told you that the Commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard. And that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinder. And reveal the Commander's project to the Governor of the Congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinder. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you. Good. Greenblood, my friend. Do you need something? Äh, weiß ich nicht. Seine Beziehung zum Hauptmann Rolf. Rolf appeared to know you well. What was he to you? A friend? A rival? A little bit of both. I wouldn't have willingly chosen him to be my comrade. And yet he was. And he was always picking at me to make sure that he was the best. The strongest. And the most appreciated. I suppose we all have someone like this in our past. Did you not experience that with Constantine? In fact, Constantine always spared me. But I remember a little pest named Lady Isabel very well. I don't know if you remember, but she could not stop making mean comments to me. She always thought I was too unkempt. Never delicate enough. She would do everything in her power to ridicule me. Yes, I remember now. That brat was really insufferable. You were far superior to her. Which probably explains her behavior. Anything else? Ehh, Zeeklinder? Zeeklinder appears to know you well. And to have a lot of respect for you. We fought together. That brings people closer. You know that. But I can assure you, that's all there is to it. Actually, up until now, I fought by your side more often than I have hers. Hmm. Mmh. I'm saying, that he is always able to surprise you, or I ask him, if he believes, you know him. Oh, irgendwie sind die beiden süß. I must leave you. Ich weiß nicht, so dieses so Lehr-Mentor- und Schüler-Ding. Ich finde das total putzig, ey. Sind wir größer als er? Das sieht mal so komisch aus. So sind wir jetzt, überall ja in New Seren. Genau. So. Lass mich mal gucken. Eine andere Aufgabe haben wir jetzt gerade nicht, ne? Wir haben Erkundung der Königungen. Gut, das ist klar. In den Fußstapfen haben wir auch. Champion der Arena, das ist mir auch zu blöd. Ärger und sprich mit Vater Lustinius. Äh, das muss ich noch tun. Und dann habe ich nur noch Quests. Gelehrte auf Expedition, haben Sie, sagen Sie, mit einem Dämon und das Geheimnis des Prinzen. Äh, gelehrt. Okay, dann machen wir jetzt erstmal... Ja. Und wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ohne Scheiß. Oh. Mein Jötnä. Kann ich jetzt hier drüber laufen? Oh, cool. Ich finde sowas so geil. Kleine Wege, so. So. Ich wollte nochmal mit Petrus reden. Und dann... ...mich der Aufgabe widmen. Nein, ich wollte erst mit Petrus reden. Okay, das hatten wir noch nichts. Äh, gut. Sprich, was? Mit Petrus reden wir wieder? Nein. Äh, für den hat der Experten heute gelehrten. Äh, für den hat der Experten von Deidre geschworen. Sprich, mit Vaterlos... Achso. Ach nee, dann machen wir erstmal das mit den Gelehrten hier. Ich fange mal hier an. So, ich bin ja fertig. Dann haben wir ja jetzt noch... Äh, ich glaube, den Vater, den habe ich aufgerüstet, oder? Äh... Der hat doch alles, was er braucht, oder nicht? Ich kann noch ein bisschen mehr. Ich habe wenig Geld. Ich muss mal jetzt wieder mal ein bisschen mehr sammeln. Ah, es ist immer so schwer, das so herauszusehen. Nein, Tiora doch nicht. Petrus, Bissadet, Vasco, Kurt. Kurt habe ich letztens erst fertig gemacht, meine ich. Da müsste ich jetzt Vasco mal gucken. Wasco hat 102, 104, 120 und Uppsala. 118, das reicht eigentlich auch. Das sah sehr schön aus. Äh, 118 war... Oh mein Gott, ey. Das ist so empfindlich. Hier, die 118. Das gefällt mir. Kaufen und ausrüsten, Vasco. Äh, ja. Äh. Ach so, weil er das jetzt... Ja, okay. So, Desadet hat Petrus, weiß ich jetzt nicht. Tiora müsste jetzt noch ein bisschen was kriegen von mir. Ähm. Ja, 104, 120. 96, 78. Alles so hässliche Sachen, ne? 96. Ach, Ausdauer passt nicht. 102, guck mal. Du müsstest doch nur kaufen. Kann ich nicht ausdrücken, weil die Ausdauer nicht reicht für sie. Äh. Da muss ich noch ein bisschen weiter runter gehen, ne? Hier, die 72. Kaufen und ausrüsten. So. Nein, dann kann ich... Wenn sie dann so weit ist, dann kann sie doch bestimmt jetzt auch schon hiervon vertragen. Inquisition. Nicht kompatibel mit dem Charakter. 27, 28, 29, 26, 48, 38. Was ist das denn so komisch aufgeteilt? Oh, ich raste es. Macht mich wahnsinnig. Ach. 46 wäre natürlich 38. 34. Ich glaube höher als 34 komme ich nicht. Und Stiefelchen. Ich mache das jetzt mal weiter. Ich muss jetzt nämlich Schluss machen. Ich mache das aber jetzt für mich ein bisschen alleine weiter. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann ausgerüstet habe. Tschüssi. Und ich mache das jetzt mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020